Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldusa. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam so einen wunderschönen Herzanhänger mit einer Holzperle drin. Diese Anleitung gibt es bereits in schriftlicher Form in meinen Shops auf Crazy Patterns und auf Etsy. Den Link dazu stelle ich euch alles unten in die Videobeschreibung rein, sowie alle Produktlinks. Meine handbemalten Perlen, ja, die gibt es auch in meinem Etsy Shop immer wieder. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Falls ihr noch neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen abonniert. Ist völlig kostenlos für euch. Und wenn ihr noch diese kleine Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine weiteren Anleitungen mehr. So, jetzt geht's los. Was wir dazu brauchen, um so ein kleines Herz hier zu häkeln, ist Baumwolle, 125 Meter auf 50 Gramm. Wir verwenden eine 2 Millimeter Häkelnadel. Wir brauchen noch eine Nadel und eine Schere, klar. Und natürlich eine Holzperle mit Gesicht, mit einem Durchmesser von 2 Zentimeter. Wer möchte, kann später dieses Herz hier noch mit Hotficksteinen besetzen. Das wird ein super Effekt, wie ihr seht, also ganz fantastisch. Ja, oder halt, ihr macht noch einen kleinen Zettel dran, mit kleiner Botschaft. So, dann würde ich sagen, da fangen wir auch schon an. Ich lege das mal auf die Seite. Ich mache jetzt heute mal eins in rosa. So, wir starten mit einer Schlaufe. Wir lassen hier am Anfang ein längeres Stück Faden und setzen uns jetzt erstmal hier unsere Anfangsschlaufe. Anfangsschlaufe. Es folgt eine Luftmaschenkette mit 13 Maschen. So, habt ihr das geschafft, holen wir uns jetzt auch schon unsere Holzperle. So, wir holen uns hier diesen Anfangsfaden und führen den hier oben durch unsere Holzperle. Wir quasi die Holzperle einmal hier auffädeln. So, und dann ziehen wir uns die hier über die Luftmaschenkette drüber. Jetzt stechen wir hier in diese erste Luftmasche unserer Luftmaschenkette einmal ein und setzen uns eine Kettmasche. So, jetzt habe ich mich hier verdreht, jetzt aber eine Kettmasche setzen. Seht ihr? Und dann ist das hier schon mal verbunden. Wir drehen uns nun diese Stelle so nach unten, die an der Unterseite der Perle quasi ist. Und es geht direkt im Anschluss weiter mit 8 Luftmaschen. Ist das geschafft, gehen wir jetzt hier in diesen Luftmaschenbogen einmal mit unserer Nadel hier so durch und setzen uns erneut eine Kettmasche. So, seht ihr? Und jetzt haben wir hier diese Luftmaschenkette einmal rundherum um die Perle. Wir machen jetzt die Aufhängungsschlaufe. Ihr könnt natürlich, wir haben ja schon mehrere Anleitungen dieser Art gemacht mit dem Umhäkeln der Holzperle. Ihr könnt das natürlich auch als Blumenstecker verwenden. Dann überspringt ihr jetzt einfach den Teil der Aufhängungsschlaufe oder ihr macht zum Beispiel ein Lesezeichen. Dann macht ihr einfach eine viel längere Luftmaschenkette und häkelt einfach feste Maschen an dieser Kette wieder herunter. Ja, ich zeige euch jetzt heute halt hier diese Standardversion als Aufhängung. Und hierzu benutze ich, also häkel ich, 40 Luftmaschen. Habt ihr eure 40 Luftmaschen jetzt geschafft, schaut ihr, dass hier diese Luftmaschenkette nicht verdreht ist, dass sie gerade liegt. Dann stechen wir in diese gleiche Masche, ganz hier vorne, die wir die Kettmasche gesetzt hatten, die letzte, einmal ein und setzen erneut eine Kettmasche. So, dann haben wir hier diese Schlaufe schon wunderbar geschlossen. Es geht jetzt los mit unserem Muster. Wir behäkeln nur um diese Luftmaschenkette, ja? Nicht in die einzelnen Maschen einstechen. So, ich zeige es euch. Wir gehen jetzt erst mal hier rüber in diese Luftmaschenkette mit einer Kettmasche. So, ja? Es folgen drei Luftmaschen. Ja, und jetzt ein Stäbchen. Wir machen einen Umschlag. Seht ihr, wir gehen hier einfach in diesen ganzen Bogen. Wir setzen uns den Faden und setzen uns ein Stäbchen. Es folgen vier Zweifachstäbchen, wurde halt auch Doppelstäbchen genannt. So, für dieses Doppelstäbchen machen wir einfach zwei Umschläge. rein und maschen immer nur hier zwei Maschen ab. So, haben wir schon ein Doppelstäbchen. Insgesamt brauchen wir hiervon, wie gesagt, vier Stück. So, und das vierte. Zieht euch ruhig hier dieses Häkelstück immer so ein bisschen nach oben. So, wie ist es jetzt hier? Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Wenn ihr diese vier Zweifachstäbchen oder halt auch Doppelstäbchen genannt gehäkelt habt, geht es jetzt weiter mit einem Stäbchen. Es folgt ein halbes Stäbchen, ein Umschlag. Hier in diesem Bogen, klar. Wir holen uns den Faden und maschen jetzt einfach alle drei auf einmal ab. So, dann haben wir ein halbes Stäbchen, ja? So, es folgt eine feste Masche. Es geht weiter mit einem halben Stäbchen. Ein Stäbchen. So, alles hier in diesen ersten Luftmaschenbogen, ja, auf dieser Seite. So, ein Stäbchen haben wir. Und jetzt folgt wieder ein Doppelstäbchen genau in diese Masche, die hier diese Verbindung setzt. Seht ihr? Dass wir genau quasi mit der längsten, größten Stelle hier unten in diesem, ja, Zwischenraum hier reinkommen. In diese Kettmasche könnt ihr hier häkeln. Also ein Zweifach- oder ein Doppelstäbchen hier rein. Seht ihr? Dann sind wir genau in der Mitte unseres Herzes. Mit der höchsten Stelle eignet sich hier wunderbar. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr genau hier diese Verbindung trifft von diesen zwei Luftmaschenbögen. So, jetzt haben wir hier diese erste Seite schon fertig. Man kann es auch schon erkennen, die Herzform. Und alles, was wir jetzt eben gehäkelt haben, gehen wir quasi jetzt nochmal einmal rückwärts in dem zweiten Luftmaschenboden. So, also, wir starten jetzt hier mit einem Stäbchen. Dann, es folgt ein halbes Stäbchen. Ups, so, eine feste Masche. Wieder ein halbes Stäbchen. Und jetzt wieder vier Zweifach- oder halt auch Doppelstäbchen genannt. So, vier Stück davon. So, das war das vierte. Es folgt ein Stäbchen. Wir setzen drei Luftmaschen. Wir gehen wieder hier in diesen gleichen Bogen und setzen noch eine Kettmasche. So, da seht ihr, unsere erste Runde ist geschafft. Das Herz besteht aus insgesamt zwei Runden. So, wir häkeln jetzt noch eine Runde mit festen Maschen. Um jetzt hier auf diese andere Seite am besten zu gelangen, klappt ihr euch hier diese Aufhängungsschlaufe oder halt Schnur, ganz egal, was ihr halt hier gehäkelt habt. Ihr eben schon gesagt, man kann sich ja auch prima ein Lesezeichen draus machen. Ganz egal, das klappt ihr euch nach hinten weg. Wir behäkeln jetzt hier diese drei Luftmaschen. Das war unser Steigestäbchen, ja. Hier setzen wir in diesen Bogen einfach zwei feste Maschen rein. So, zwei feste Maschen. Und jetzt häkeln wir hier in diese, also diese ganze Runde besteht nur aus festen Maschen und einem Pikot, aber das zeige ich euch gleich, und auch Verdopplungen. Aber wir gehen das Schritt für Schritt durch, keine Panik. Wir setzen jetzt in das erste Stäbchen der Vorrunde quasi hier. Wieder eine feste Masche. So, jetzt haben wir hier ja viermal dieses zweifach oder Doppelstäbchen der Vorrunde. Und hier verdoppeln wir jede feste Masche. Das bedeutet immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein häkeln. Seht ihr? Die dritte Verdopplung. Die vierte. Nein, die dritte. Jetzt haben wir jetzt hier eins, zwei, drei. Jetzt kommt meine vierte. So, ich muss mal meine Arme ein bisschen nach oben machen, das irritiert mich. So, es folgen feste Maschen bis hier zu unserer Spitze, wo wir hier wieder dieses zweifach oder Doppelstäbchen hatten, ja? So, jetzt häkeln wir erstmal hier hinunter mit fünf festen Maschen, also je wieder eine feste Masche in jede Masche. Die erste, zweite, vierte, fünfte. Fünf feste Maschen. Und jetzt sind wir ja hier in diesem Doppel- oder Zweifachstäbchen angekommen. Wir setzen erneut eine feste Masche und häkeln jetzt ein Picot. Ein Picot sind einfach drei Luftmaschen. Dann, wir stechen in die erste Masche dieser Luftmaschenkette von drei wieder ein und setzen eine Kettmasche. So, und dann ist das schon zu. Perfekt, haben wir so einen kleinen Zipfel hier unten. Es wird sich jetzt natürlich eignen, bevor ihr hier diese Kettmasche setzt, wenn ihr noch zum Beispiel ein kleines Glöckchen oder sowas mit einhäkeln wollt direkt, dann macht ihr eine Luftmasche, setzt das Glöckchen rein, quasi als zweite, noch eine und dann das Ganze schließen. Und dann habt ihr das direkt schon mit drin. So, ist das Picot geschafft, gehen wir in die gleiche Masche, wo wir eben diese feste Masche gesetzt hatten, von diesem Doppelstäbchen hier unten, erneut rein und setzen wieder eine feste Masche, ja? Also, dass quasi hier zwei feste Maschen auch in einer Masche sind, halt mit diesem Picot noch dabei. Es folgen wieder fünf feste Maschen. So, und dann sind wir hier schon wieder bei unseren Zweifach- oder Doppelstäbchen. Ich tue mich immer hier schwer mit diesem Stäbchen-Kram. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt wieder hier angekommen und jetzt häkeln wir wieder zwei feste Maschen in jede Masche von diesen Doppelten, quasi viermal, genau wie wir das auf der anderen Seite auch gemacht haben. So, erste Verdopplung. Zweite. Die drückt da. Und unsere vierte Verdopplung. So, jetzt haben wir hier wieder in der Vorrunde unser normales Stäbchen. Da kommt wieder hier eine feste Masche rein. Und jetzt sind wir hier an den Bogen wieder angekommen. Hier häkeln wir wieder einmal so komplett in den Bogen, wie wir das eben gemacht haben. Zwei feste Maschen rein. So, jetzt könnt ihr noch einmal hier in die Mitte einstechen und euch eine Kettmasche setzen. So, dann schneiden wir uns den Faden ab. Macht es nicht ganz zu kurz. So, ziehen an der Schlaufe, bis das einmal hier durchgezogen ist. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Noch ein bisschen unförmig, wie ihr seht. Aber das ändern wir jetzt. Wir beginnen hier mit unserem Fadenbund hier unten. Unser Anfangsfaden. Den fädeln wir jetzt erstmal in eine Nadel ein. So, und den ziehen wir uns jetzt einmal hier durch die Perle einmal hoch. Ich zeige es euch, ich drehe es mal rum. Und wenn ihr jetzt hier an dem Faden zieht, dann seht ihr direkt schon, wie sich das hier ein bisschen besser in Form zieht. Also es ist schon ratsam, das Ganze einmal so rum halt durchzuziehen. So, ich mache das jetzt alles hier auf der Rückseite mit dem Knoten. Also hole ich mir jetzt hier meinen letzten Arbeitsfaden, gehe einmal durch die Schlaufe durch. So, das ist jetzt nur ein kleiner Tipp. Ihr könnt das natürlich auch vorne setzen. So, und dann machen wir uns einen Doppelknoten mit diesen zwei Fäden. Und jetzt ordentlich hier mit Schmackes dran ziehen. Natürlich nicht, bis der Faden reißt. Ja, so geniale Sachen sind mir auch schon passiert. Aber ja, einfach hier gut stramm ziehen, würde ich sagen. Drücken wir uns mal so aus. Ist das geschafft. Wieder die Nadel in die Holzperle und wir ziehen uns die Fäden einmal wieder nach unten durch. Auch hier immer schön das Ganze auf, ja, das Ganze halt stramm ziehen. Umso ein schöneres Ergebnis bekommt er. So, zweiten Faden noch weg. Und dann schneiden wir uns jetzt einfach hier diese zwei überschüssigen Fäden einfach weg, knappkantig. Und dann ist auch schon unser Herzchen geschafft. Schaut mal, wie süß das ist. Ihr könnt natürlich jetzt hier das Ganze noch ein bisschen zurecht in Form ziehen und zappeln, wie immer. Ja, und fertig ist unser Herz. Was besonders süß bestimmt auch ist, wenn ihr hier oben noch eine kleine Schleife vielleicht dran macht. Oder wie in meinem Fall mit Hotfix-Steinen arbeitet. Also ich finde immer das Ergebnis mit diesen Hotfix-Steinen genial. Ja. So, das ist übrigens eine Hochglanzperle aus meinem Shop. Das ist jetzt hier eine mit so Glitzer hinten dran. Die habe ich ja auch manchmal in meinem Shop drin. Die sind halt ja nicht ganz so oft verfügbar. Aber die gibt es natürlich mit großen Glitzersteinen und sowas. Das ist ja, wie das Herz ist das ja perfekt geeignet, würde ich sagen. Und ich muss euch unbedingt noch was zeigen mit dem Hotfix, wie ich euch gesagt habe. Also falls es diejenigen, die das Hotfix noch nie gehört haben, nicht kennen, das ist hier unser Applikator. Der wird vorne heiß. Es gibt extra Strasssteine. Das sind Hotfix-Steine. Die haben hinten dran einen Klebepunkt. Der schmilzt dann. Man kann die Steine so aufnehmen. Der Kleber schmilzt und dann kann man so dran drücken. Hält überall. Fantastisch genial. Ich habe euch auch ein Video dazu gemacht. Ein Hotfix. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Das ist diese Farbe hier. Ich konnte natürlich nicht widerstehen. Und habe ihn jetzt auch in Pick. Ich habe jetzt halt zwei. Ich muss den unbedingt in dieser Farbe auch haben. Ich finde, ja, farblich pink, mein Glitzer, okay, bestellt. Aber ich denke, die Farbe ist ganz egal eigentlich von dem Hotfix. Ja, ich wollte euch nur halt zeigen, dass es den jetzt auch in Pink gibt. Ja, und da könnt ihr hier wunderbar alles damit verzieren. Klar, es gibt auch verschiedene andere Strasssteinmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel normale Strasssteine. Die können dann mit so einem Schmuckkleber gibt es dazu. Das kann man dann auch wunderbar anbringen. Der Vorteil von dem Hotfix ist halt einfach, dass ihr hier habt keine Klebereste. Es sind hier nirgends zu sehen. Und so, hier ist sogar ein Steinchen auf der Nase. Das ist auch besonders schön, wenn dann das Sonnenlicht drauf geht und das Ganze an der Nase funkelt. Wie goldig. Ja, und das sind unsere Herzen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht mit mir. Es hat euch gefallen. Ihr habt euch auch schöne Herzen hier nachgehäkelt. Zeigt mir gerne eure Ergebnisse in meiner Facebook-Gruppe Häkel mit Woldozer. Oder verlinkt mich einfach auf Instagram, at Woldozer. Da könnt ihr mir eure Herzchen zeigen, ob ihr halt mit Hotfix oder Glöckchen oder anderen Perlen hier gearbeitet habt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, ich würde sagen, ihr habt dann noch eine schöne Woche. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis bald. Tschüss.